Ich bin Anna Heine, ich bin 28 Jahre alt und arbeite seit drei Jahren bei Schneider Elektrik. Ich habe bei Schneider Elektrik als Trainee angefangen, direkt nach meinem Studium der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften und bin im Bereich Produktmanagement und Marketing tätig. Das Trainee-Programm hat für mich 18 Monate gedauert. Das waren 18 Monate, die aus verschiedenen Modulen aufgebaut waren. Danach folgten noch mal zwölf Monate Trainee on the Job. Das heißt, man ist schon in seiner Zielposition tätig, aber bekommt noch mehr Unterstützung von Vorgesetzten und Kollegen. Das Trainee-Programm besteht aus verschiedenen Modulen, in denen man verschiedene Abteilungen innerhalb von Schneider kennenlernt und so auch extrem gut seine Kenntnisse und sein Netzwerk innerhalb von Schneider aufbauen kann. Mein persönliches Highlight war der Auslandsaufenthalt während des Trainee-Programms. Da war ich zehn Wochen lang in Barcelona und habe die Produkteinführung von verschiedenen Produkten begleitet. Ich bin seit Anfang des Jahres im Young Potential-Programm von Deutschland und das ist ein Programm, um gezielt Nachwuchskräfte und junge Talente zu fördern. Wir haben verschiedene Seminare und eine Projektarbeit, in der wir uns mit anderen Young Potentials von Deutschland austauschen können und so auch das Unternehmen wieder besser kennenlernen können. Man sollte auf jeden Fall Eigeninitiative mitbringen und auch die Motivation, in einem großen, international tätigen Unternehmen zu arbeiten. Bei Schneider Electric gibt es sehr viele Möglichkeiten, Karriere zu machen, wenn man motiviert ist und sich selber weiterentwickeln möchte und auch die Eigeninitiative mitbringt, selber seine Karriere zu planen und voranzutreiben. Man kann immer ins Ausland gehen, Geschäftsbereiche wechseln und da bietet Schneider sehr, sehr viele Möglichkeiten.